Kennst du? Du auch, das hat auch schon gesperrt Du kennst dich auch, ja Nimm mich da besser Was ist das nochmal gewesen? Hab ich jetzt nicht... Abschluss bestätigt Soll ich nicht Abschluss bestätigen? Ja, kack Verteidigt unsere Freiheit Genau Achso, die stehen direkt zu zweiter Hey, moin Spass Uuh, klar Durch die sch... Schreibe durch, ey Ach, der steht da Ich hab auch keinen Einflieger unten gekühlt eh Doch Verhebt aber zwei Oh, von hinten Aufstehst du doch? Ja, von hinten hab ich keine Waffe Na gut, ich könnte furzen Der wird auf jeden Fall, Ronny Versprochen Auf jeden Der wird nämlich umlaufen, der Sack Auf jeden Fall Denkt dran auf die blauen Abzeichen mitzunehmen, ne Sonst zieht ihr eben gut da was Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position Ach hinter mir, Leute Ich kann nicht vorne, hinten, links und rechts Ich kann nur mich von mir gerade aus Ich kann nur mich von mir gerade aus Zwei Stücke im Haus Bei der Garage Von hinten kommt einer Wo ist denn? Auf jeden Fall Ahja Ich hab meine Mine hat ihn gerade erwischt Habt die Schnauze voll Ich mag das schon Ah fuck Links ist hoch Boah, guck, die rutscht da rum Das wüsste es im echten Leben gar nicht geben Ah, ich rutsch und schieß Treff Muss die Ruhe bleiben Mhm Ah, Beschlagwort Ich hab keinen gekillt Aber ich war anwesend Ah, super von der Seite Hinter uns Hinter uns Überall Scheiße Magazin leer Ja Hinter uns Und Komm links Komm gerade vor mir, ey Von rechts, von links Komm von überall Ja, super Ja, über die Bombe geschmissen Schön gemacht Das war meine Mine Aber danke Was, du hast gar keine Mine Für und Roni Doch, hab ich wohl Roni Tretmine Mit einer dreckiger Lügscherei da Doch, es ist Tretmine Mit einer dreckiger Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt Feindliches Geschütz aktiv Nein Sorry Das ist vorum, sorry Sind alle auf dem Mittelpunkt Geschütz Geschütz Rechts Genau so wie das Wenn du hier irgendwo hoch springst Oder so, ne? Das roter Auto steht Wenn du irgendwo hoch springst Oder so, dann bist du ja auch erstmal bewegungsunfähig Das hast du ja auch Die Spionageabwehrflugzeuge ist in der Luft Von hinten, Jörg Ich hab's versucht auch nicht Ich hab's aber nicht geschafft Ich bin eins Der beste Mensch Ah, nein Von hinten Hab ich Ah, komm, läuft da Da hat noch einer durch Feindlicher Kampfhobst Auf einmal Na super Ich bin so krass Der krasseste Kampfhubschrauber Ausschalten Ich bin doch noch der letzte Kill bestimmt Gibt doch gar keinen letzten Kill Doch, ich war der letzte Mal guck das mal an, ey Babababababababe Der nimmt euch auseinander Der ozi Du hast Recht Dark, du warst der letzte Nein, aber jetzt ist er gestorben Ja sah ich schon gesagt, ich war der letzte Cooper Bionage Abwehrflucht, so kann ich. 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 lustig der hat überhaupt nicht gezielt hat einfach reingehalten von hinten oben ist einer ich hab mir auch gedacht die können uns verbieten kann man das verlieren er hat meinen rucksack erschossen warte hinten so cool die sind so cool aber so was für cool ronni ronni ja und die ronni der schweiß um sich mit hunny glaub ich recht das glaube ich dir einfach nicht schuldig kommt Ah, ich dachte, wir hätten auf einer, Juh. Fuck. Bravo. Tiefe halten. Habs Geländer getroffen. Ach komm, das ist doch nicht so schwer, Alter. Wir verlieren A. Bravo ist abgesichert. Da hat der Ronny wieder A.B. geholt, ne? Jo. Kenn ich ihn. Da ist der Ronny wieder tot, ne? Nein. Hallo? Schon einer von oben. Den hab ich. Ich kenn... Ja, da hat sich aber Feuer. Keine Art. Hinter uns. Ah, ist einer von A rübergekommen. Einer kommt von oben. Ah, wir haben gerade gekillt. Da kommt der nächste. Ah, wir haben Bravo verloren. Lagerbericht. Napalmangriff nächer sich. Wir haben über den Meer. Eingesetzt. Gehen wir von oben. Ah. Ja, ich hatte ja oben. Ach komm, jetzt mestert der mich, Alter. Ich hoffe, ihr hättet oben. Schatte oben, hab ich schon gesagt. Alter, bist du lügig noch? Ah, wer ist jetzt vor mich gelaufen? Der ist extra. Ne, der ist wackein. Das war keine Art. Mein Mann, so oft sind noch drin. Das Zielobjekt gehört uns. Alpha. Und jemand A. sitzt direkt hinter diesem roten Kanister. Oder Marker. Oder Markierung. Oder... Der sitzt unten. Pass auf. Ich hole C. Ich hole C. Was für ein Multi-C? Ich hole C. Ich hole noch mal C. Sieht nicht gut für uns aus. Wieder mal. Diesmal nicht. Diesmal. Ja, sieht man schon da an, dass ich Zeit habe. Dann kann der Team nix sein. Ich bin... Und ich bin letzter. Was hast du denn gesagt? Ich bin schlecht. Nee, du bist dritter. Du bist letzter. Du bist doch das letzte. Moment, Moment. Du bist der dritter. Echt? Ja. Das nennt man am besten Freund, Dirk. Ja, der dritte. Du bist das letzte. Ach, das ist doch gewöhnend. Zähl einnehmen. Ja, er wird ein Spionageflugzeug einsatz. Ich bin der gar nicht anders von dir, ne? Habe ich noch gar nicht gesagt? Charlie wird gesichert. Ich leg's mir wieder Sachen ins Problem. So bin ich halt, ne? Einen kommt durch den Tunnel. Wer schießt denn da? Scharfschütze oben links. Direkt hinter den Eingang rechts und der Eingang schießt, Mike. Ja. Feindlicher Marschflugkörper stattdessen. Der Typ war das. Feindliches Spionageflugzeug, die Maffin. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge ist weg. Oben war noch einer, ne? Runtergesprungen. Das einzigste, was auf jeden Fall mir CS gebracht hat, ist, dass ich ein besseres Aiming aus der Hüfte habe. Mehr nicht. Ja, das hat's mir auf jeden Fall gebracht. Du hörst nicht mehr auf Geräusche oder sowas? Nö, das hatte ich vorher schon gemacht. Ich muss zugeben, dass... dass mich zuerst bei CS so interessiert hat. Was, auf Geräusche, du hörnest? Was meinst du? Ja, genau. Aber inzwischen... Ich sag ja, ich find's ja nicht mehr ganz so scheiße. Da alt ist das super. Bestes Spiel EU-West. Es wird noch oft gespielt, weil es ein wenig Hardware braucht. Das war schon immer so. Nein, das wird nicht deswegen gespielt. Wirklich nicht, Ronny. Doch, glaub mir, das war schon immer so. Äh, wirklich nicht. Hä? Äh, hallo? Äh, hallo? Dachte nur, boop, bin ich weg. Wer erobern A. Ah, Ronny ist hier bei A. Genau. Ich kenn auch meinen kleinen Schlappi noch. Da war aber leider ein Scharfschütze. Du hast nicht zurück scharf geschossen? Doch, aber... Ich hab 40 abgezogen und er... mit einem Schuss alles. So ist es ja nun mal. Ups, wir schießen da. Ach, der vielleicht. Verrat mich, Feuer hier. Oben auf der... Genau der. Auf der. Ganz rechts ist einer. Boah. Der war ja fast gut. Wo ist der? Wir verlieren Charlie. Verlieren C. Aha, wieso schlage ich? Gehen. Ich hab versucht zu schlagen, anstatt zu schießen. Aber die Waffe ist gut, die der hat, ne? Na ja. Alles hat seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Vor allen Dingen, die macht Slowmotion, ne? Das ist echt krass, Dirk. Ja, ne? Ja, ne? Da ist ein Nuke wieder. Du magst auch Nuke. Nuke mag ich nicht. Oh, der Team Deathmatch. Ronny, Markenjörg. Total. Etwa nicht. Das ist genauso schlimm wie so eine Karte hier, äh, mit diesem Containerplatz, weißt du? Äh... Containerplatz? Containerplatz. Containerplatz. Beim letzten... Berlin-Ost? Nein, beim letzten... Berlin-Ost? Ich weiß nicht, ob es da aussieht wie ein Containerplatz, aber wenn du meinst... Was? Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Wo haben wir den Container gehabt? Äh, COD war das doch. Der Berlin-Ost meinte ich doch. Weiß Berlin-Ost? Nein. Da steht wieder einer oben. Dieser Flughafen, oder nicht? Nein. Nun heißt nicht mehr, wie die Karte hier ist, aber so eine ganz kleine Karte. Ach, du meinst gar nicht COD. Du meinst, äh, Warzone. Ach, hier, wie heißt der andere? Höh, du meinst Black Ops. Ach, du meinst nicht Black Ops, sondern COD. Ja, sag ich doch COD. Hier, hast du gesagt? Ja, dann hab ich's doch richtig gesagt. Hast du gesagt, hör mal. Boah, der Typ da hinten im Fernseher geht mir auf die Eier. Dann bringe ich doch um. Versuch ich ja jetzt. Scheiße. Er ist weg. Achso. Ich steh hinter den, schieße ihn in den Kopf. Und er stirbt einfach nicht. Liebe diese Spieler. Lass mir noch einmal sagen, dass CSGO nicht realistisch ist. Feindliche Spionageflugzeuge in solche Position. Feindliche Vorräter sind in der Luft. Jetzt nochmal zum Thema zurück, Brony. CSGO wird nicht gespielt, weil das wenig Anforderungen hat. Wirklich nicht. Sondern weil? Weil es einfach das beste taktische Ego-Shooter-Spiel ist. Sonst wird es auch nicht in ESL gespielt. Boah, hier in Köln. Wo ist die Niere da drin? Findet es einfach damit ab. Ah, nein. Die kommen auf uns zu. Ja. Also das beste taktische Ego-Shooter-Spiel ist noch einmal COD-4. Nein. Doch. So alles klar. Den zwei uns am Spawn. Den zwei uns am Spawn. Null. Also, was COD und taktisch angeht, null. Wirklich. Wirklich. Wir haben uns heute gedacht, wir wollten heute gar nichts gewinnen. Wir haben doch schon eins gewonnen. Dann haben wir gedacht, das reicht. Ja, dann schränkt euch mal an. Ah, die sitzen bei uns wieder beim Spawn. Nur weil der übermächtig ist. Was? Nur weil der übermächtig. Das darfst du doch mal sagen, oder? Ne, 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 ne. Doch, das darf ich auch mal sagen. Ne, 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 ne. Siehste, ich stehe jetzt unter dir. Oh, das ist doch... Ich mag dieses Spiel nicht. Feindliche Spionageflugzeuge sind registriert. Wirklich wie ein Kegel geklaut. Oh. Die treten euch in den Arsch, kämpferdammt noch mal. Lagebericht. Feindlicher Kampfhubschrauber über euch. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Feindliche Vorräter sind in der Luft. Oh, ne. Oh, ein zweiter. Wieder ein Spawnpunkt. Weißt du so? Ja, genau so. Sind wir scheiße. Glück. Wir sind nicht scheiße. Das ist nicht gut. Wir sind einfach besser. Wir haben alle an. Der ja. Hast du gesehen? Der da. Und der da. Oh, warte. Aber jetzt dürfte er bei mir. Ich töte den jetzt. Guck. Das sieht man nicht mehr. Schade. Warum nicht? Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn er keinen Bock mehr auf COD hat, dann kann man das auch beenden. Wir sagten, dass wir keinen Bock mehr haben. Ja. Also ich sag, dass ich mehr Spaß am Warzone habe, als hier an Multiplayer. Im Multiplayer kann ich so zwei zweite Rundchen spielen, aber dann ist auch wieder gut. Ja, wir können auch dann Warzone nur noch spielen. Ja, ich kann auch Warzone nur noch spielen. Ich muss noch runterladen. Ja. Ich auch. Ja? Nee, ist fertig. Oder? Trägt das bei dir im Hintergrund? Hm. Warum ist das bei mir denn nicht? Ja, du musst einfach rausswitchen und dann auf das Playzeichen gehen. Eigentlich sollte es ja schnell gehen mit 60 Embers die Sekunde. Ich glaube, wenn wir noch eins spielen, dann könnten wir Warzone spielen. Ich glaube nicht. Warum? Gehst du an Schlafen? Ja. Ich hab noch Atenz. Ah, Dirkus. Schluss machen. Ja, dann verschieben wir das aufs nächste Mal. Dann machen wir das nächste Mal Warzone. Also ihr habt es gehört, Leute. Das war das letzte Mal Black Ops. Eine kurze Serie. Nächstes Mal gibt es dann nur noch Version von uns für Call of Duty. Und ja, ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dann. Tschüss.